Das hier ist für alle, die ihr Bergerlebnis mit Kultur verfeinern wollen. Diesen Sommer präsentiert sich der Hausberg von Bludenz im Theaterkleid. Vom 16. Juli bis 8. August dreht sich am Muttersberg alles rund um das Thema Shakespeare. Die erste Saison von Shakespeare am Berg startet mit einer Inszenierung des Königsdramas Macbeth. Ein spektakuläres Bühnenbild, eine spannende Story sowie eine Prise Magie ergeben zusammen einen einzigartigen Open-Air-Theaterabend inmitten Vorarlbergs wunderschöner Alpenlandschaft. Die Prophezeiung, dass er eines Tages König werden wird, entfacht den Macbeth unstillbares Verlangen nach Krone und Macht. Angestachelt von den Ambitionen Lady Macbeth, ermordet er den König und besteigt dessen Thron. Das blutige Glück aber währt nicht lang. Nähere Infos finden Sie im Internet unter www.shakespeare-am-berg.at sowie auf Facebook. www.shakespeare-am-berg.at sowie auf 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 www.shakespeare-berg.at sowie auf www.